Das Ende naht und ich werde euch den Weg weisen, wenn ihr seid meine Kinder und ich bin euer Vater. Ich bin euer Vater, ich bin euer Vater. Ich bin euer Vater, ich bin euer Vater. Ich bin euer Vater. Ich bin euer Vater, ich bin euer Vater. Ich bin euer Vater. Ich bin euer Vater, ich bin euer Vater. 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 Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ein einziger Fels oder Baum könnte das Ende bedeuten. Was für ein höchst gefährlicher Seitwärtsstand. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Musik 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 Oh Gott! Warum?! Ich schulde dir was! Man kann die Leute aus dem Bliss rauschen. Kennst du Radon-Kuren? Die waren früher mal richtig angesagt, von wegen Naturheilkunde und so. Jedenfalls gibt es einen alten Kurort, gar nicht weit von hier. Die Sekte versteckt da Drogen und Waffen. Oh! 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 Das ist ein kleines Passage. Oh, 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 oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh 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 Ja, macht gut, das nicht ein. Aber wenn ihr meiner hübschlichen Abendroteer auf nur ein Haar gründet, dann kriegt es euch nur Haar für eure Schürchenerke. Also ich verschläge mich unterwegs. Dann werden wir diesen kleinen Bitscher beräumen. Jetzt färbt sich ein und glaubt, man die Dach hat. Mit euch sind es noch lange nicht fertig. Oh, ich soll es nicht tun, ich verschläge mich! Verdammt gute Arbeit bei der Befreiung des Yachthafens. Adelie Dropman ist ein fieser Besen, aber sie verfügt über die Mittel, einen kleinen Privatkrieg gegen ihn, Skate zu führen. Genau die Person, die wir gerade brauchen. Sieh mal, ob du dir helfen kannst, Rookie.